Hallo und herzlich willkommen zu diesem Webinar. Ich begrüße euch recht herzlich und freue mich, dass ihr hier seid. Wir werden uns heute mit einigen Themen rund um den Begriff DevOps beschäftigen und dementsprechend werden wir hier die ein oder andere Sache erklären. Wir werden uns also anschauen, was der Sinn von DevOps, wie kam es dazu, was sind die Key Takeaways hier, wie kann man das ins Team integrieren, was sind so Fragen zum Zeit, Geld und Arbeit sparen und dann kommt natürlich noch das Thema Security dazu. All das werden wir jetzt kurz behandeln und von dem her fange ich auch gleich mit der ersten Frage an. Die erste Frage lautet, was ist eigentlich der Sinn von DevOps? Jetzt möchte ich ein bisschen in die Geschichte gehen, das heißt wir werden uns mal ganz kurz anschauen, wo kommt das her und daraus ergeben sich dann auch die Argumente, was will man damit eigentlich bezwecken. So in der klassischen Softwareentwicklung Ende der 90er, Anfang 2000 war es halt so, dass man sehr starke Dev-Teams hatte und Ops-Teams, die waren sehr stark getrennt. Die Responsibilitäten dieser Teams war halt ja abhängig von verschiedensten Faktoren, also wie die Integration da stand. Das andere, was man hier betrachten muss, ist, dass natürlich der Aufgabenbereich dieser unterschiedlichen Teams sich über die Zeit hin verändert hat. Während man zum Beispiel am Anfang eigentlich nur IT-Systeme hatte, die in den internen Netzwerken liefen, hatte man Operations, was auch wirklich sich nur auf die Bereitstellung der Netzwerkinfrastruktur, Hardwarekomponenten, Laufhegesysteme und so weiter bemühen musste. Dann kamen nach und nach die Firewalls dazu und dann kam natürlich irgendwann, sagen wir mal, das ganze Thema Internet dazu. Und das veränderte das Ops-Team dramatisch, weil jetzt hatte man nämlich wirklich mit aktiven Angriffen zu rechnen. Man musste eben externe Infrastruktur maintainen, man musste dieses alles irgendwie in dieses Konzept mit hineinbringen. Auf der Entwicklerseite hatte man natürlich aufgrund der immer stärker voranschreitenden Entwicklung und dort auch die Verbesserung immer mehr die Möglichkeit, zum Beispiel selbst auf einem Laptop die Produktionssysteme zu spiegeln und dementsprechend ganz anders zu entwickeln. Während man am Anfang noch, sagen wir mal, auf beispielhaften Geräten entwickelt hat und das dann auf der Produktion erprobt hat, so ist es heute durchaus möglich, dass ich die gesamte Infrastruktur halt in klein auf einem Laptop virtualisiert habe und dementsprechend gegen das echte API programmiere, gegen die echten Produkte programmiere. Und das brachte natürlich einiges mit sich. Erstens, der Entwickler musste sich jetzt damit auseinandersetzen, wie ich eigentlich diese Produktionssysteme konfiguriere. Wenn er vorher mit solchen Mocs, also mit solchen Beispielen gearbeitet hatte und sich gar nicht mit dieser Konfiguration oder mit der Laufzeitumgebung an sich auseinandersetzen musste, war er jetzt damit konfrontiert. Hatte auf der anderen Seite natürlich den Vorteil, dass dementsprechend mit diesem Ich arbeite schon an dem realen System oder gegen das reale Produkt, auf dem es später läuft oder sich verbindet, dass ich dann natürlich wesentlich weniger Fehler hatte oder sagen wir mal so Kompatibilitätsprobleme hatte. Auf der anderen Seite musste jetzt das Wissen von Ops immer mehr Richtung Dev wandern, also von den Operations innerhalb der Entwicklung und von der Entwicklung natürlich auch immer mehr Anforderungen dann Richtung Ops gespiegelt werden. Das hatte jetzt zur Folge, dass also diese beiden Teams immer enger zusammenarbeiten mussten, weil zum Beispiel, wenn irgendwie ein Inzident über das Internet kam oder eine Sicherheitslücke bekannt wurde oder, 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 dass man natürlich hier relativ schnell miteinander arbeiten musste. Das heißt, die Updates, die zum Beispiel in Produktion gemacht worden sind, wurden sofort an die Entwicklungsleute zurückgespielt, damit die eben gegen die letzte und valide Version, die auf Produktion läuft, dann eben auch programmieren und, und, und. So, da gab es also immer mehr diese Symbiose zwischen Dev and Ops. Und warum hat man das gemacht? Naja, dass man natürlich diese Prozesse, das heißt, irgendwas wird entwickelt, wird an Ops übergeben, immer effizienter gestalten können und damit eben dann noch Kosten und Mühen eben sparen können, derart, als dass man da Hand in Hand arbeitet, nicht irgendetwas programmiert, übergibt, die machen irgendwas, das läuft nicht, es gibt einen Fehlerbericht zurück und dieses Ping-Pong-Spiel, das ist einfach zur Zeit auch, finde ich. Und im Zeitalter von Internet und Continuous Integration ist es halt auch immer wichtiger, dass das ein laufender Prozess ist, weil die Änderung aufgrund der fortschreitenden Technologien und damit das Reduzieren der ursprünglichen Komplexitäten, damit der Fokus auf immer mehr Synthese von Use Cases stattfindet, kann man hier an dieser Stelle natürlich wesentlich besser dann zusammen diese Aufgaben lösen, weil eben auch der Entwickler, die immer komplexeren Systeme, durchaus immer mehr Ops-Hilfe braucht und die Leute von Ops, die brauchen halt immer mehr auch die Integration der Entwickler, um eben das reibungslos laufen zu lassen. So, da kommt das DevOps her, da sind wir, aber da gibt es ja nicht nur in diesem Bereich DevOps, da gibt es auch noch einen anderen Griff, und das ist der des SRE. Was bedeutet SRE? SRE ist etwas, das aus dem Bereich Google kommt, das heißt, die hatten ja große Infrastrukturen, die sie managen mussten und dort haben sie auch von Anfang an immer gegen Downtimes gearbeitet, also gegen die Ausfallsicherheit oder die Ausfallsicherheit immer erhöht und da kam der Begriff eben her, Site Reliability Engineer. So, das heißt, wir haben also hier jetzt diesen Begriff, der auf die Reliability, also die Verfügbarkeit oder die Zuverlässigkeit dieser Systeme abzielt und dort hatten sie eben ganz dedizierte Engineering Teams. Die Definition von Google war derart, dass eben so ein Site Reliable Engineer, also dass so ein SRE eben 50 Prozent seiner Zeit maximal für Ops benutzen darf und den Rest der Zeit für Dev. Das heißt, es ist also ein Entwickler, der maximal die Hälfte seiner Zeit sich mit der Automatisierung der Prozesse und dieser ganzen Produktionslinie beschäftigt, aber wie gesagt, nur maximal 50 Prozent und die andere Zeit, also 50 Prozent oder mehr, eben für die Entwicklung von neuen Funktionen, Features oder eben zur Stabilisierung dieser Systeme, also das Programmieren von Utilities, Verbindungsstücken und, und, und beschäftigen kann. So, dieser SRE hat jetzt natürlich auch diesen Ansatz, eben die Stabilität innerhalb dieser Systeme zu fördern und hier arbeitet man zum Beispiel mit einem Failure Budget oder Downtime Budget. Und ich benutze diesen Begriff Budget auch wirklich oder Budget auch wirklich aus dem Grunde, weil es eben ein Budget ist, was von einem SRE investiert werden kann. Das heißt, man definiert, wenn man diesen Ansatz verfolgt, so Service Level Agreements, derart, dass man sagt, das System wird nicht 100 Prozent laufen, aber ich gebe zum Beispiel ein Budget von so und so viel Stunden Downtime in dem und dem Bereich, Tage, Wochen, was auch immer. So, und jetzt gibt es also zwei Wege, wie man mit diesem Budget umgehen kann. Das eine ist, man muss es aufbrauchen, weil es zum Beispiel ein Incident ist, das heißt Hardware-Defekt oder ist ein Einbruch, ein Cyberangriff erfolgt oder, 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 oder man muss Vulnerabilities austauschen. Das heißt, das sind alle Sachen, die von diesem Budget konsumieren. Und dann hat man natürlich noch den anderen Teil. Man kann es investieren. Das heißt, man hat eben eine Verbesserung des Systems, die man jetzt einspielen möchte in Produktion und hat da die Möglichkeit, sogar dieses System runterzufahren, diese Zeit zu investieren, um danach ein zuverlässigeres oder besseres System zu haben, was auch immer besser an dieser Stelle ist. So, und das sorgt dafür, dass ich eben, neue Funktionen und der Zuverlässigkeit des Systems habe, weil ich eben nur ein maximales Budget habe, was ich investieren darf. So, und dementsprechend ist natürlich auch klar, wenn ich am Anfang sofort alles investieren würde für neue Funktionen, hätte ich keinen Spielraum mehr für Fehler. Das macht natürlich auch keiner. Also das Konsumieren dieser Budgets ist eher defensiv. Das heißt, wenn man absehen kann, man hat noch genug, um bestimmte Inzidenz zum Beispiel zu klären, dann fängt man an, solche Sachen zu installieren oder zu verbessern. Die andere Sache ist natürlich, passt das jetzt zusammen? Die Frage, die sich heraus ergibt, passt also dieses Vorgehen DevOps mit diesem Vorgehen der Installation von SRE-Teams, passt das eigentlich zusammen? So, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, nein, es gibt nur die SREs, es gibt nur das DevOps. Meine Meinung dazu ist aber, dass diese beiden Sachen hervorragend zusammenpassen. Sie ergänzen sich sogar, weil zum Beispiel im DevOps-Gedanken an sich, das ist ja die gesamte Abbildung des Software-Produktionsprozesses, also vom Codieren, Testen, Bauen der Software, das Übergeben an die Operations, dort eben dann das in Wert setzen, durch das Laufen lassen oder die Inbetriebnahme dieser Software und das Monitoring und Konfigurieren. Da ist zum Beispiel nicht drin enthalten, dass ich eben solche Balancen oder Nuancen dort habe. Auch innerhalb eines DevOps-Teams, auch wenn ich jetzt diese Teams zusammenschalte, also aus Entwicklern und Operations, habe ich natürlich immer die Leute, die immer einen Schwerpunkt Entwicklung haben oder einen Schwerpunkt Operations haben. Es gibt aber ein paar, die sind sehr, sehr nah an dieser Mitte, das heißt, es sind entweder sehr, sehr seniorige Software-Entwickler, die jetzt sich verstärkt um Operations kümmern, oder sehr seniorige Ops-Leute, also Administratoren, die sich jetzt verstärkt um die Entwicklung kümmern. Das heißt, wenn ich also da aus diesem Bereich Leute bekomme, die ich dann eben genau in diese Mitte setzen kann mit 50-50, dann kann ich auf der einen Seite aus dieser, sagen wir mal, Erfahrung heraus sehr, sehr viel Wertschöpfung erbringen und auf der anderen Seite durch dieses, sagen wir mal, Einarbeiten oder strengierende Einarbeiten in genau das andere Thema habe ich eben eine sehr gute Symbiose. Dieser Ansatz der Fehlerbudgets ist hervorragend, wenn man diesen zum Beispiel koppelt mit diesem DevOps-Ansatz, weil dort habe ich eben dann auch ein KPI, was ich eben nutzen kann für das Behandeln von, sagen wir mal, Inzidenzen oder eben auch für das Behandeln von neuen Verbesserungen innerhalb der Struktur. Ob man das jetzt natürlich mit den Downtimes koppelt, die für neue Use Cases da sind, das mag jeder für sich selber entscheiden, aber letztendlich die Art und Weise, damit umzugehen, also die Fehlerbehaftung, solche Systeme zu akzeptieren und sie einzubudgetieren und dann eben auch das möglich machen, dass dieses Team selber entscheiden kann, wann wie viel investiert wird, das gibt einem eine sehr, sehr hohe Autonomität und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, dass sie von alleine und eigenverantwortlich an diesen Themen arbeiten und das hat sehr oft zu sehr positiven Ergebnissen geführt. Kommen wir jetzt zu einem Thema, was zum Beispiel immer wieder bewegt, also gerade jetzt, wenn man auch darüber nachdenkt, was zum Beispiel dieser SolarWinds Hack da verursacht hat, ist natürlich das Thema Sicherheit. Ich werde später noch auf diesen SolarWinds Hack eingehen, allerdings werde ich jetzt erst einmal nur das Thema Sicherheit allgemein betrachten und wie kann man das zum Beispiel effizient in solche Strukturen integrieren. Sicherheit kann verschiedene Sachen bedeuten. Sicherheit kann bedeuten, dass ich gegen Vulnerabilities, also Sicherheitslücken vorgehe, Sicherheit kann aber auch bedeuten, dass ich eben zum Beispiel das ganze Compliance-Thema angehe, das heißt, wo sind welche Lizenzen eigentlich in meinem gesamten Technologie-Stack und welche dieser Lizenzen sind zum Beispiel leider an der falschen Stelle und stellen damit sogar auch eine Bedrohung für diesen Use Case oder diesen Geschäftsprozess oder vielleicht sogar für die Unternehmung da. Das Thema Sicherheit ist also vielgestaltig und kann einmal von diesem Bereich kommen des Operations, das heißt also ich habe Cyberangriffe von außen. Es kann aber auch sein, dass ich eben diese Known Vulnerabilities, das heißt also diese bekannten Sicherheitslücken in meiner Software selber drin habe. So also das Thema Sicherheit ist also nicht nur in Ops verortet, es ist nicht nur in Dev verortet, sondern das Thema Sicherheit ist ein Querschnittsthema. Man kann sich das vorstellen wie Qualität. Qualität ist genauso wie Sicherheit. Das heißt, wenn ich von Anfang an mich um Qualität in jeder einzelnen Wertkettenstufe, wenn ich das wirklich immer berücksichtige und überall, sagen wir mal, ein wenig an diesem Thema Qualität arbeite, dann werde ich insgesamt eine relativ gute Qualität erreichen können. Genauso ist es mit Sicherheit. Also es gibt nicht den Sicherheitsblock, dass ich sage, ich mache erstmal was ich will und dann komme ich zu dem Punkt, jetzt machen wir mal Sicherheitstest und bauen mal um, was da nicht mehr sicher ist. Das ist ein sehr, sehr kontraproduktiver Ansatz, weil der nämlich auch zu sehr hohen Kosten, Wartungsaufwänden, Change Management und so weiter führt. Dementsprechend kann man hier nur sagen, das Thema Sicherheit sollte also innerhalb dieses DevOps-Prinzips mit oder ohne diesem SRE-Gedanken eben vollständig in jeder Stufe implementiert sein. Und das fängt eben an, bei der Entwicklung geht über die Bereitstellung, geht hin bis ins Operations. Also das Thema Sicherheit ist ein Querschnittsthema und ist nicht eine dedizierte Stufe. Es ist nicht nur ein Produkt, was ich kaufe, sondern es ist eine Teamaufgabe. Jetzt gibt es in der Literatur verschiedene Begriffe. Man findet einmal den des DevOps und dann findet man zum Beispiel auch verschiedene andere Ops. Einer davon ist DevSecOps. Ich werde auch des Weiteren immer den Begriff DevSecOps verwenden. Damit meine ich, dass also innerhalb dieser DevOps-Umgebung, also das Koordinieren von Develop und Operations, immer dieses Thema Security signifikant verortet hat. Das heißt also wirklich in jeder Stufe sind die entsprechenden Elemente vorhanden, die mir das Thema Sicherheit dann eben auch repräsentieren. So und damit meine ich beim Thema Sicherheit immer das Vorgehen gegen Inzidenzen im Bereich Sicherheit. Also wirklich Vulnerabilities, also Sicherheitslücken und natürlich auch das Thema Compliance. Das heißt, welche Lizenzen dürfen wo, wann, wie eingesetzt werden. Also im Folgenden werde ich darüber sprechen, dass man DevSecOps nimmt. Und dieser Ansatz SRE, dieser Such Reliability Engineer, der ist integriert in das DevSecOps, weil wir haben hier an der Stelle schlicht und ergreifend mit DevOps die Definition eines Prozesses und mit dem SRE die Beschreibung einer Rolle. Und diese Rolle passt in diesem Prozess DevOps beziehungsweise jetzt DevSecOps vollständig rein. Ich werde jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was die vier wichtigsten Gründe für die Einführung von DevOps ist oder die eben belegen oder darstellen, dass DevOps effizient für das Unternehmen eingesetzt werden kann. Und das eine ist zum Beispiel, der Kunde steht im Mittelpunkt. Warum das? DevOps geht dahin, dass ich eben diesen Zyklus von Entwicklung und gleich auf Produktion bringe, soweit automatisiere und soweit beschleunige, dass ich eben in sehr, sehr kleinen Schritten immer wieder Änderungen in Produktion heben kann. Dadurch, dass ich diesen inkrementellen Vorgang habe, also dieses agile Vorgehen innerhalb des Projektmanagements dann auch manifestiere, kann ich natürlich Anforderungen des Kunden nicht nur relativ schnell in feinen kleinen Schritten umsetzen, sondern ich kann den Kunden auch mitnehmen. Das heißt, der Kunde bekommt also inkrementell am laufenden Meter neue Version ausgeliefert und hat so die Möglichkeit, diese Abnahme nicht wie früher bei den wasserfallartig organisierten Projekten, also sprich nach einem Milestone dann die große Abnahme zu machen. So erfolgt zum Beispiel hier beim DevOps, wenn man das also mit Scrum, das ist jetzt sagen wir mal eine Abartes oder eine Unterart oder eine andere Organisationsform des DevOps. Wenn man da zum Beispiel sich auf diese Sprint, also diese zweiwöchentlichen Produktionszeiträume da beschäftigt oder festlegt, dann habe ich eben die Möglichkeit, alle zwei Wochen den Kunden etwas zu zeigen. Der kann dann die nächsten zwei Wochen eben das in Review geben, mir Feedback geben und in die nächste Produktionszyklen kann das dann gleich wieder mit eingetaktet werden. Abgesehen davon, ich hatte gerade Scrum genannt, aber man kann eben auch ganz normal sagen wir mal Kanban oder so verwenden. Das ist also keinerlei Problem. Also Scrum ist nicht gleich DevOps. DevOps ist sozusagen die Organisation des Ganzen und dann hat man natürlich Ausprägung, wie man die Projektabschätzung macht, wie man die Projektdurchführung dann macht und die Koordination innerhalb der Teams. Also das darf man nicht vertauschen. Also Scrum und DevOps ist nicht dasselbe. Es wird nur meistens sehr oft zusammen genannt. Man kann auch andere Projektmanagement-Stile einsetzen, um DevOps dann auch zu leben. Der zweite Grund für DevOps oder für die Einführung von DevOps spricht, dass DevOps sich automatisch, also inhärent damit beschäftigt, alles zu automatisieren und zwar wirklich alles, den gesamten Produktionsprozess. Ich habe gerade meine Software geschrieben, die muss übersetzt werden, sie muss paketiert werden auf die Software wird irgendwo installiert. Sie wird also in Wert gesetzt dadurch, dass sie aktualisiert und dann eben auch ausgeführt wird. Das heißt, diese vollständige Automatisierung ist Teil von DevOps, ist also Teil dieses Vorgehens, weil man da natürlich möglichst viele Dinge, die sonst sagen wir routinemäßig durch einen Menschen gemacht werden, das möchte man loswerden. Dafür gibt es diese CI-Strecken. CI-Strecken sind also Continuous Integration Strecken. Das sind also verschiedene Werkzeuge, die eben diesen Ablauf immer mehr automatisieren. Und daraus ergibt sich natürlich auch gleich der zweite Gedanke innerhalb dieser Automatisierung. Also nicht nur das Loswerden von diesen repetitiven Tätigkeiten oder von diesen langweiligen, monotonen, immer wiederkehrenden Tätigkeiten, die können Maschinen wesentlich besser, sondern eben auch die Beschleunigung. Das heißt also, es wird von einer Maschine meistens auch wesentlich schneller eben alles nacheinander abgearbeitet und man hat ein vollständiges Reporting. Das wäre der dritte Punkt zum Beispiel, dass man eben über diese gesamte Wertschöpfungskette, alles was automatisiert ist, natürlich auch dann den lückenlosen Nachweis hat, wann was wie passiert ist. Ebenfalls interessant ist natürlich bei solchen CI-Strecken, dass man an der Stelle also nicht nur automatisiert und Zeit spart, sondern dass man damit eben auch Potenziale freilegt eben bei den Menschen, die jetzt eben diese Tätigkeiten nicht durchführen müssen, weil sie sich eben auf das Wesentliche konzentrieren können. Das heißt, die Automatisierung an sich ist da schon mal, wie wir es auch in anderen Industriezweigen gesehen haben, eben einer der Wege, wie wir jetzt nach vorne gehen. Und was man hier sehen kann ist, je mehr ich automatisiere, desto mehr muss ich homogenisieren, um das volle Potenzial zu heben. Und damit bedeutet es auch, ich gehe eben einen Plattformgedanken. Das heißt, ich gehe eben von einer sehr, sehr unterschiedlich aufgebauten, unterschiedlich strukturierten Softwareentwicklungslandschaft, die ich in den unterschiedlichen Abteilungen vielleicht habe, doch eher dazu hin, dass ich eine homogene Produktionsplattform habe. Das heißt also eine DevOps-Plattform. Ich habe nicht einzelne Werkzeuge, die ich irgendwie versuche zu integrieren, sondern das höchste Potenzial oder dieser höchste Wertgewinn ergibt sich daraus, wenn ich eben das alles hoch integriert, also in einer Plattform bereitstelle, also die gesamte Werkzeugpalette. Ein weiterer Vorteil, der sich durch diese DevOps-Struktur ergibt, ist, dass ich eben Teams zusammenschneide oder Teams schneide, die alle Kompetenzen, die sie eben für diesen gesamten Durchlauf benötigen, innerhalb des Teams haben. Das heißt, hier schneide ich diese Teams eben nicht nach Verantwortung wie Entwicklung, Operations und Konfiguration oder was auch immer einem da einfällt, sondern ich habe innerhalb des Teams eben die Entwicklung, das Operation, das Thema Security, alles zusammen. Und ich schneide hier eher nach Wertschöpfungskettenteilen, das heißt also von Use Cases. Also es gibt welche, die den Rechnungsteil machen. Es gibt welche, die die Logistik machen. Es gibt welche, also diese Teams sind jetzt mehr strukturiert nach den Use Cases und das ermöglicht es auch, dass diese Teams relativ autonom arbeiten. Und diese Autonomität, also dieses Selbstständigsein gibt einem eine wesentlich höhere Flexibilität und auch eine wesentlich bessere Auslastung, weil eben die Teams sich selber aussteuern können und dementsprechend eigentlich nur noch an bestimmten Stellen diese Synchronisation ist. Da geht man jetzt auch von der Software, sagen wir mal von der Architektur hin, wenn man jetzt sagen, in diesem Bereich Microservice oder Serverless geht. Das heißt also, man hat nicht eine große Anwendung, sondern man hat verschiedene Dienste, die integriert eben diesen gesamten Use Cases, also den gesamten Wertevorrat, den ich da abbilden muss, dann darstellen. Und damit, wenn ich also ein Team habe, was eben einen Microservice oder eine Reihe von Microservice eben in der Verantwortung hat, dann werden die eben unabhängig von den anderen Teams entwickelt, weil eben die Services untereinander über diese Maschine zu Maschine Kommunikationsprotokolle, dass die da eben über diese APIs kommunizieren. Und diese autonomen Teams, die geben eine hohe Resilienz. Also das heißt, diese Teams werden auch robuster gegen Störeinflüsse von außen, weil sie an sich eben selbstständig kompensieren, agieren, planen können. Ich sprach von vier Gründen für DevOps und zu dem vierten Punkt kommen wir jetzt auch. Und das ist nämlich auch dieser gesamte Bereich Zusammenarbeit, Art und Weise, wie die, sagen wir mal, Teammitglieder untereinander umgehen und welche Verantwortung sie haben und wie man das Ganze fördern kann für eine höhere Produktivität. Das heißt, diese Teams an sich dadurch, dass eben diese Verantwortung auch Teamverantwortung sind und nicht nur Verantwortung einer einzelnen Person, ist natürlich auch das Übernehmen von Verantwortung eine Teamsache. Das heißt, das Team steht immer da, um ein Ergebnis zu erzielen. Und das Team ist auch das, was belohnt wird, wenn eben bestimmte Ziele erreicht werden. Diese Art und Weise der Teamführung führt eben zu einem besseren Gruppenverständnis und damit ist eben auch das Definieren von KPIs auf Team-Ebene eine wesentlich effizientere Ausstellungsstruktur, als wenn man jetzt einzelne dedizierte Personen hat, die mit ihren KPIs vielleicht untereinander sogar gegeneinander arbeiten, weil die KPIs eben nicht alle gleichförmig, sagen wir mal, in dieselbe Richtung ziehen. Mit diesen Teamverantwortungen habe ich da eine ganz andere Möglichkeit, das auszusteuern. Und dementsprechend ist der vierte und letzte hier genannte Punkt für DevOps eben, dass die Teams eben dadurch, dass sie in sich geschlossen sind, auch als Team bewertet werden, ganz anders miteinander umgehen und dementsprechend auch zusammen eben am Erfolg arbeiten. Warum kann ich eigentlich mit einem Artefaktmanagement Zeit und Arbeit sparen? Kommen wir mal dazu hin und nehmen einfach mal den Begriff Time-to-Market. So, was bedeutet das? Das bedeutet ja normalerweise, ich habe irgendwie einen Use Case, ich habe eine Anforderung, die soll so schnell wie möglich umgesetzt werden und die soll dann eben irgendwo in Wert gesetzt werden. Das heißt, sie muss möglichst schnell in Produktion kommen. Time-to-Market gilt aber nicht nur, sagen wir mal, für den Use Case an sich, sondern der Entwickler, der hat auch damit zu tun, er nennt es anders, aber Time-to-Market ist für ihn irgendeine Anforderung, die von außen kommt, die er dann umsetzen muss und die so schnell wie möglich in Produktion gehen muss. Wenn wir uns daran erinnern, dass eben DevOps zum Ziel hat, dass man zum Beispiel alles automatisiert, braucht man eben auch zentrale Stellen, über denen eben diese Automatisierung stattfindet. Das eine sind diese CI-Server oder das sind die Continuous Integration Strecken, das sind also die Arbeitspferde, die etwas machen. Aber auch dort, die einzelnen Arbeitsschritte müssen ja ihre Ergebnisse austauschen und da bin ich immer bei dem Punkt, dass ich eben so ein Binary Storage habe, also hier das Artifactory, was mir eben ermöglicht, diesen Austausch untereinander effizient vorzunehmen. Das heißt, das Handling dieser Binarys, weil das ist ja eigentlich das, was produziert, verarbeitet, integriert wird und dann später auch in Produktion geht. So, also Time-to-Market heißt automatisieren. Time-to-Market heißt nicht nur Use Case, so schnell wie möglich in Produktion, sondern Time-to-Market ist ja dasselbe Optimierungsziel, wenn es heißt, da ist eine Vulnerability und die muss so schnell wie möglich eliminiert werden und die muss so schnell wie möglich in Produktion, damit man eben nicht mehr verwundbar ist. Also Time-to-Market gilt nicht nur für den betriebswirtschaftlichen Teil, sondern der Entwickler nennt es zwar anders, hat aber genau dieselben Bestrebungen. Also auch hier die Automatisierung steht im Vordergrund und als zentrale Dreh- und Angelpunkt von diesem Ganzen ist eben das Binary Management, weil alles, was irgendwie in der IT produziert wird oder konsumiert wird, sind Binarys und dementsprechend ist so ein Artefakt-Manager, der eben diese unterschiedlichen Arten von Binarys versteht, der zentrale Punkt, über den alles letztendlich läuft. Die zweite Begrifflichkeit, die ich jetzt verwenden möchte, ist Make-or-Buy. Wir kennen das innerhalb von Unternehmen, wir haben zum Beispiel bestimmte Fähigkeiten, die wir jetzt temporär brauchen, das gehört aber nicht zum Kerngeschäft, also fragt man sich dann, kann ich das irgendwie von extern holen. Zum Beispiel, ich habe irgendeinen Change-Management-Prozess und ich brauche einen Change-Manager, den brauche ich aber nur eine gewisse Zeit, also kann ich mir den zum Beispiel extern reinholen, das heißt also ich hole Consultants rein. So, diese Begrifflichkeit ist also im Management durchaus gang und gäbe. Ein Softwareentwickler nennt es zwar anders, aber er steht jeden Tag vor derselben Entscheidung. Und was ich hier beschreiben möchte, ist schlicht und ergreifend, wenn ein Softwareentwickler zum Beispiel eine PDF-Datei erzeugen muss, dann muss er sich überlegen, eignet er sich jetzt die Fähigkeiten an, dass er zum Beispiel weiß, wie man einen PDF erzeugt, also mit Dokumentenspezifikationen, diesem ganzen Kram, der dazu gehört, oder holt er sich dieses Wissen von extern rein, das heißt, er fügt seinem Programm eine Dependency hinzu. Das heißt, er deklariert, benutze bitte diese PDF-Library und dann verwende sie. Das heißt, er beschäftigt sich nur noch damit, wie er sie verwendet, er muss aber die Kernkompetenz, wie erzeuge ich ein PDF, nicht mehr erlangen. Das hat aber zum Nachteil, dass ich damit, sagen wir mal, etwas externes reinziehe und dementsprechend sofort die Vertrauensfrage steht, sofort auch die Professionalitätsfrage sich stellt. Das heißt, ich muss sofort also wissen, wie gehe ich mit diesem Bannerisch um. Wichtig ist auf jeden Fall, don't reinvent the wheel. Das heißt, alles, was schon da ist, ist meistens effizienter innerhalb der Softwareentwicklung zu holen als Dependency, als sich diese jahrelange Arbeit, die da teilweise in diesem kleinen Library schon drinsteckt, eben selber nochmal nachzuholen. Das gehört aber nicht zu den Kernkompetenzen und es ist auch nicht förderlich für die Umsetzung der Use Cases. Aber man sollte sie fokussieren auf die Umsetzung der wirklichen Notwendigkeit und eben nicht mit solchen Infrastrukturthemen, mit solchen Sachen wie, ja, so allgemeinen Quelschnittsachen wie PDF-Drucken oder so. Dafür gibt es Library. Aber diese Bineries, die ich hereinhole, jetzt sind wir wieder bei diesem in der Mitte sich befindlichen Binary Manager, dieser Artefakt Manager, der ist dafür verantwortlich, dass eben von externer Stelle dieses Binary geholt wird, dieses Binary intern gelagert wird, damit es jederzeit verfügbar ist und eben eingebunden wird in die Softwareentwicklung. Das heißt, eben als Dependency dem Programm hinzugefügt wird, damit man es nutzen kann. Kommen wir zu dem Punkt der Umsetzung von Compliance-Rechlinien. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt als Entwickler zum Beispiel mir all diese Dependencies hole, dann habe ich natürlich etwas, was unter einer Lizenz läuft. Dementsprechend muss ich sicherstellen, dass diese Lizenz eben zu diesem Teil der Wertschöpfungskette eben auch passt. Das heißt, manchmal sind die Lizenzen A und B erlaubt, manchmal sind die Lizenzen B und C erlaubt, wie auch immer. Es gibt also da etwas, was man entscheiden muss, wo welche Lizenzen gut sind oder erlaubt sind. Und dementsprechend muss ich dann aber auch natürlich alles das kontrollieren, was diese Dependency, also der Entwickler, der diese Dependency gemacht hat, sich wiederum als Dependency reingeholt hat. Und das geht eben über alle Technologien. Das heißt, innerhalb des Betriebssystems, innerhalb von Docker, Kubernetes, bei der Entwicklung, mit den Programmiersprachen und und und. Das heißt, ich muss also jetzt zusehen, dass ich über diesen Artefakt-Management, das heißt, wenn ich dort alle Beinrichts mir reinhole für die gesamte Wertschöpfungskette, das heißt für das Betriebssystem der Netzwerk-Router genauso wie zum Beispiel für die Server oder die Abhängigkeiten des Programms, dann habe ich dort die Möglichkeit, genau dieses Scannen nach Compliance-Issues zu verorten. Weil wenn ich dort alles habe, kann ich da natürlich auch die Regeln dransetzen, um genau danach zu suchen. Und wobei hilft so ein Artefakt-Management denn eigentlich noch oder so eine zentrale Stelle, in dem sämtliche Beinrichts vorgehalten werden? Es hilft auch dagegen zum Beispiel Unabhängigkeit oder es hilft für eine Unabhängigkeit oder unterstützt die Unabhängigkeit anderen externen Quellen gegenüber. Das heißt, man hat also im Internet diese verschiedenen offiziellen Repositories. Was sind Repositories, da komme ich gleich noch zu, aber da hat man eben diese unterschiedlichen Quellen, die ich da anzapfen kann und die sind natürlich auch nicht immer verfügbar oder die werden zum Beispiel eingestellt oder die verlagern sich oder was auch immer. Und wenn ich jetzt natürlich von denen abhängig bin, weil ich diese Dependency, also wenn ich dieses Kaufen dieser Dependency oder das Heranziehen dieser Dependency gemacht habe, dann möchte ich natürlich erstmal unabhängig sein. Das Ganze natürlich, wenn ich das in der Cloud mache oder aber wenn ich das jetzt in mein System hereinziehe, also On-Prem habe, in meinem Netzwerk, dann habe ich damit natürlich eine Ausfallsicherheit innerhalb meiner Produktion, weil selbst wenn die Internetleitung vorne weg ist, ich habe alles noch in meinem Binary Manager, also in meinem Artifactory drin und kann dementsprechend einfach weiter produzieren. Kommen wir nun zu einer kleinen Übersicht, wo eigentlich solch Artefakt Manager, sprich von uns das Artifactory, denn eingesetzt wird und warum das eigentlich der zentrale Standpunkt oder dieser zentrale Punkt innerhalb des Software Delivery Life Cycles ist, also SDLC. Man muss sich vorstellen, diese Softwareentwicklung ist ja, man fängt an, irgendwas zu programmieren und dafür zieht man schon mal die Dependencies, also ich brauche jetzt die Funktion PDF Library erzeugen, dann füge ich diese Dependency hinzu, es wird geholt. Damit habe ich jetzt das Gateway, das heißt von der externen Quelle, wird das geholt, wird ins eigene Artefaktmanagement sozusagen eingespielt, von da aus können es dann die internen konsumieren. Das hat einmal diese Gateway-Funktion natürlich, dass ich nur das reinlasse, was ich reinlassen möchte. Wir kommen später mit dem Thema Sicherheit auch noch dran, dass ich eben dort eben auch noch einige andere Sachen da verorten kann. Aber prinzipiell ist dann da diese Dependency vorhanden, wenn der Erste sie geholt hat, wenn jemand anders dann auch nochmal das haben will, dann holt das natürlich nur noch von der internen Quelle. Das spart Zeit, das spart Geld und das macht unabhängig. Jetzt ist es aber so, dass ich nicht nur Dependencies habe, sondern ich habe ja auch Sachen, die ich selber produziere. Das heißt, also ich baue jetzt eine Version dieses Programms oder des Moduls, das spiele ich wieder in dieses Artefaktmanagement ein, also innerhalb von Artifactory in eine Repository, da kommen wir gleich zu. Und diese Repositories, die werden dann natürlich von den anderen auch benutzt. Das heißt, wenn die Abteilung A was macht und die Abteilung B oder das DevOps Team A und das DevOps Team B, die müssen ja auch irgendwie ihre Teilergebnisse austauschen, sodass man dann nach und nach eben das Gesamtgebilde daraus machen kann. Genauso sieht es auch mit den Provisionierungen von, sagen wir mal, irgendwelchen Server Instanzen aus und Ähnliches. Auch die ziehen Dependencies. Auch dort habe ich das. So, und dieser ganze Prozess, der ist ja zyklisch. Das läuft immer wieder ab und dementsprechend hole ich immer wieder diese Dependencies über den gesamten Technologiestick und ich tausche immer wieder Ergebnisse aus. Das heißt, also die Information, sagen wir mal, es wurde etwas gebaut mit dem und den Parametern zu der und der Uhrzeit. Also auch diese Protokollinformationen dieser Produktionslinie, die laufen auch wieder zurück in das Artifactory. Also wir haben nicht nur diese Binary Management da, sondern wir haben auch dieses Metadatenmanagement da drin und das macht es natürlich zu einem sehr, sehr wertvollen Element innerhalb dieser Softwareentwicklung und ist damit dann auch die Dreh- und Angelscheibe für den gesamten Software-Delivery-Lifecycle, weil ja auch die Produktion, die ja dann irgendwann Binary braucht, um es auch zu fühlen, es aus diesem Artefaktmanagement herausholt. Als nächstes möchte ich eine sehr zentrale Begrifflichkeit erklären. Das ist eben dieser Begriff des Repositories. Das wird immer wieder aufkommen, sobald man mit der Softwareentwicklung sich beschäftigt. Und das Repository an sich ist eine Sonderform eines Binär-Storage. Das heißt also irgendwas, wo eben Binär-Dateien drin liegen, weil eben bei einem Repository auch diese Metadaten dabei sind. Das heißt, je nachdem welches Betriebssystem oder welche Programmiersprache man verwendet, haben diese Dependencies, also diese Abhängigkeiten auch dazugehörige Metadaten. Das heißt, so eine Binary oder so ein Binär-File hat eben nicht nur eine Identität, also Namen, sondern meistens eben auch eine Gruppennummer oder es hat so was wie eine Adresse, damit es eindeutig identifiziert werden kann und eine Version. Und dann, basierend auf diesen Metadaten, gibt es dann auch entsprechende Strukturen, wie diese Binary gemanagt werden. Das alles passiert in Repositories. Und da gibt es genau drei Arten von Repositories. Und zwar sind das die lokalen Repositories. Das sind also die, die in Artifactory drin sind. Das heißt, wenn ich etwas dort einspiele, dann ist das auf meinen Servern in meiner Serverinstanz. Das sind die lokalen. Die entfernten Repositories, also Remote Repositories, sind all die Repositories, die draußen irgendwo vorhanden sind und von denen ich initial mir zum Beispiel diese Dependencies herhole. Das sind die Remote Repositories. Und dann kann man sich vorstellen, dass natürlich jede Institution oder so ihre eigenen Namenschema hat, ihre eigenen Strukturen hat. Oder man zum Beispiel verschiedene anbinden möchte von diesen entfernten Repositories, um so eine Art Failover zu haben, weil man Replikanten anspricht. Dann kann man das alles intern strukturieren mit virtuellen Repositories. Virtuelle Repositories sind sozusagen Komposition existierende lokale oder entfernte Repositories. Und die geben dann die Entkopplung von der internen Struktur zur externen Struktur. Und dafür sollte man sie auch zum Beispiel benutzen, dass man eben sagt, was auch immer draußen für Namensräume, Vorgaben und so weiter sind. Man möchte die internen Strukturen damit aber sozusagen nicht belasten, sondern man hat eben diese virtuellen Repositories und da kann ich verschiedene Sachen zusammenschalten oder ich kann bestimmte Namenschema da umsetzen und und und. Und dann kommen wir noch zu dem ganz essentiellen Teil, wie verteile ich denn dann eigentlich Banerys? Als nächstes möchte ich einen sehr essentiellen Teil ansprechen und das geht eben darum, dass man nicht nur Banerys holt und lagert, sondern man möchte auch irgendwann in der Lage sein, seine Banerys selber zu verteilen. Da gibt es verschiedene Szenarien. Es gibt einmal das Szenario, dass zum Beispiel zwei Teams untereinander diese Ergebnisse oder diese erzeugten Banerys austauschen wollen. Und dementsprechend hat man dann sein Artefakt-Management. Beide haben Zugriff drauf. Es gibt eben so Rollen- und Rechte-Konzepte. Man kann es eben auch an die schon vorhandenen Rollen- und Rechte-Konzepte, die in der internen IT-Infrastruktur vorhanden sind, eben anbinden. Und dementsprechend kann man da das dann einfach austauschen. Jetzt gibt es aber noch verschiedene andere Sachen, die, sagen wir mal, zur Verteilung von Banerys gehören und die eben auch Herausforderungen darstellen. Das eine kann sein, wenn zum Beispiel verschiedene Standorte an verschiedenen, sagen wir mal, Stellen dieser Erde sind, das heißt welche in Amerika, welche in Deutschland oder welche innerhalb Deutschlands, zum Beispiel München, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, was auch immer, da kann es ja sein, dass auch da diese Teams dann miteinander kommunizieren wollen, beziehungsweise nicht nur kommunizieren, sondern diese Banerys austauschen. Da spricht man dann von der Distribution, also JFrog Distribution. Das ist also das effiziente Verwalten von Replikanten für verschiedene Standorte. Dann gibt es noch eine Anforderung, die ist zum Beispiel dann da, wenn ich so etwas wie viele kleine Einheiten, die so ein Update brauchen, möglichst schnell und gleichzeitig updaten möchte. Da spricht man eben von solchen Burst-Downloads, das heißt also, man hat ein Update und dann müssen auf einmal in einer Lagerhalle zum Beispiel, weiß ich, 50, 60, 100, 2000 Server oder so gleichzeitig aktualisiert werden, damit also möglichst zum Beispiel ein Security-Patch möglichst schnell überall ausgerollt wird und das nicht über die nächsten zwei Wochen geht. Wenn ich also solche sehr starken Download-Verhalten habe, also ich habe etwas Neues und das möchte ich ganz schnell intern verteilen, dann habe ich also lesende Konsumenten und da kann ich mit Peer-to-Peer-Strukturen arbeiten, die funktionieren in lokalen Netzwerken oder in Local Regions, zum Beispiel innerhalb von solchen Cloud-Strukturen. Dort kann ich sehr, sehr viele Einheiten gleichzeitig mit Updates versehen, weil eben durch diesen Peer-to-Peer-Mechanismus eine sehr effiziente Auslastung dieser lokalen Netzwerkstrukturen erforscht. Und dann gibt es natürlich noch das, man möchte global etwas verteilen. Das heißt, man hat so etwas wie ein Software-Development-Kit, man hat einen Treiber geschrieben, man hat sein eigenes Produkt, was man weltweit anbieten möchte. Dann spricht man über diese Content-Delivery-Networks, das sind diese CDNs und auch die werden von Artifactory unterstützt und auch in all diesen drei genannten, also in dem Distribution, in dem Peer-to-Peer, JFrog Peer-to-Peer und in dem JFrog CDN, ist es so, dass das gesamte Rollen- und Rechte-Konzept, was man eben auch in dieser lokalen Instanz hat, selbst global dann umsetzen kann, weil das sich schlicht und ergreifend alles zusammengehängt. So, also von dem her, auch das Verteilen von Binary ist ein sehr wichtiger Punkt und den sollte man nicht vergessen, weil was bringt es mir, wenn ich zwar alles bekomme, aber es dann nicht richtig und zügig an die Stellen bekomme, wo es dann auch wirklich gebraucht wird. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man also jede Menge Binary in sein System herein holt. Wir haben auch darüber gesprochen, wie man effizient solche Sachen verteilen kann oder welche Anforderungen es da gibt. Dann kommt natürlich gleich die Frage, wie sieht es eigentlich mit dem Thema Sicherheit aus und was ist der richtige Platz, um Sicherheit dort zu verorten. Und hier kann ich sagen, wenn man einen zentralen Platz hat, an dem alle Binary gehalten werden, also sprich eine Artifactory-Instanz, eine logische Instanz, die kann also aus mehreren Servern bestehen, damit sie skalierbar ist, aber prinzipiell ist eine logische Instanz, wenn dort alle Binary hereingeholt werden. Das heißt also über Docker, Kubernetes, die Programmiersprachen, Betriebssysteme, alles das Tooling. Also wenn ich alle Binarys darüber hole, dann bin ich auch in der Lage, dort genau mit X-Ray, das ist der Sicherheitsscanner oder das ist das Sicherheitsmodul von JFrog, sämtliche Binarys zu scannen. Und der große Vorteil an der Stelle ist, dass ich, wenn ich eben sämtliche Repository-Strukturen verstehe, also nicht nur die Binarys, sondern auch die dazugehörigen Metadaten, dann bin ich natürlich ganz anders in der Lage, das Thema Sicherheit zu verorten. Ich kann wesentlich effizienter, ich kann auch wesentlich feingranulare in diese ganze Struktur eingreifen. Und das Schöne ist, dass X-Ray mit Artifactory in Kombination das mehr oder weniger selbstständig macht. Das heißt, man muss dem nicht mehr beibringen, was das für Metainformationen sind. Man muss auch nicht dafür sorgen, dass es jetzt einmal das Debian, das Betriebssystem versteht und auf der anderen Seite die Programmiersprache Java, sondern Artifactory versteht all diese Repository-Strukturen und diese Repository-Manager für die verschiedenen Einsatzgebiete. Und mit X-Ray kann ich genau dann den Zugriff auf diese Binarys garantieren und dann eben Sachen machen wie, ein Bild wird gebrochen oder ein Download darf nicht stattfinden. Oder noch schlimmer, wenn ich zum Beispiel an SolarWinds Hack denke, da sind jetzt kompromittierte Binarys in das System eingeblutet. Wie identifiziere ich die, wo sie überall verwendet werden und wie werde ich die dann wieder los? Es gibt da einen Begriff, der dann auch sehr gerne verwendet wird, wenn man über Vulnerabilities, also über Sicherheitslücken spricht und das ist der Full Impact Graph. Also das ist genau dieser Begriff, der sich darum dreht, dass wenn ich zum Beispiel in irgendeiner Kernkomponente eine Sicherheitslücke habe und diese Kernkomponente wird jetzt in verschiedenen anderen Sachen benutzt, dass ich eben diese Zusammenhänge möglichst schnell erkenne. Weil es bringt mir nichts, wenn ich mich auf eine Technologie fokussiere, die scanne und dort sagen wir mal weiß, da ist was, sondern für mich ist hier wesentlich wichtiger, in dieser Komponente ist zum Beispiel eine Sicherheitslücke, die wird jetzt verpackt in diesem Betriebssystem dort auf diesem Server laufen. So, wenn ich das weiß, also den vollen Impact Graphen, also den vollen Wirkungsgrad dieser Vulnerability erfahre, kann ich natürlich ganz anders dagegen vorgehen und ich kann bestehende Sicherheitslücken natürlich auch ganzheitlich aus dem System entfernen und nicht nur partiell dort in dieser Kernkomponente, sondern ich kann auch alle Komponenten identifizieren, die eben davon betroffen sind, direkt oder indirekt. Und das nennt man Full Impact Graph und die Kombination mit Artifactory, die eben all diese Paketmanager versteht und X-Ray, die eben diesen logischen Zusammenschluss herstellen kann, sehe ich sofort den Full Impact Graph einer jeden Vulnerability. Und das unabhängig von der eingesetzten Technologie. Also, wenn solche Compliance Dokumente vorhanden sind, dann müssen die auch irgendwie gemappt werden auf diese Maschinen, sagen wir mal Implementierung. Und dort haben wir zum Beispiel bei diesem X-Ray, bei diesem Sicherheitsscanner die Möglichkeit, dass wir eben zum Beispiel mit solchen Regeln eins zu eins die Anforderungen aus solchen Dokumentationen eben abbilden können. Das heißt, findest du eine Sicherheitslücke mit dem Schweregrad, dann sende eine Mail. Oder findest du eine Sicherheitslücke mit dem CVSS-Wert, das ist das Convulnerability Scoring System, das ist so ein international, sagen wir mal, normierter Wert über die Schwere einer Sicherheitslücke, dann breche ein Bild oder verbiete den Download oder informiere eine Person und, und, und. So, und diese Regeln, die können dann in Policies zusammengefasst werden. Das ist also eine Komposition aus Regeln und die sind technologieneutral. Das heißt, ich formuliere sie ohne Bezug auf eine Technologie nehmen zu müssen. Und dann kommt der dritte Teil, das sind diese Watches. Watches, das ist jetzt die Verbindung zwischen diese Technologie soll gescannt werden mit diesen Satz an Regeln, also mit diesen Policies. Und damit kann ich eben sicherstellen, dass also immer, wenn irgendwas sich verändert oder wenn eine Anfrage kommt, bitte überprüfe das jetzt, oder ein Update der Sicherheitsdatenbanken kommt, dass dann sofort eben genau diese Regeln, so wie sie auch in irgendwelchen Word-Dokumenten stehen, abgebildet worden sind, dann auch durchgeführt werden. Eine essentielle Frage ist, ab wann kann ich eigentlich mit all diesen Sicherheits- und Compliance-Überprüfungen anfangen? Und da kann ich nur sagen, es gibt diesen Begriff Shift-Left und das bedeutet, so früh wie möglich innerhalb der Wertschöpfungskette sollte man sich damit beschäftigen. Das heißt, man kann also in der Konzeptphase das schon berücksichtigen, aber man kann auch in der ersten Zeile Quelltext, die ein Entwickler dort produziert, sicherstellen, dass er überall diese Informationen verfügt. Und das ist also, der Entwickler arbeitet in einer integrierten Entwicklungsumgebung, das ist also ein Werkzeug, mit dem ich die Quelltexte dann verändere und sobald ich dort definiere, ich möchte eine weitere Dependency hinzufügen, wird also geschaut, aha, diese Dependency, die hat übrigens folgende Vulnerabilities in der Version und die läuft unter folgender Lizenz. Und all die transitiven Dependencies, die also diese Dependency wieder hat, die haben und so weiter und so weiter. Das heißt, es wird der ganze Baum aufgespannt und man bekommt sofort diese Informationen. Das nennt man Shift-Left, also so früh wie möglich innerhalb der Produktion diese Informationen bereitstellen. Und das ist natürlich für Entwickler ein sehr angenehmes Element, weil man ist in seiner Entwicklungsumgebung, man ist in seiner gewohnten Umgebung, man ist in seiner Produktionsumgebung. Man braucht also kein externes Werkzeug oder man muss sich wechseln, man hat keinen Kontext-Switch, sondern ich bin in der Arbeit drin, ich mache gerade das, was ich sowieso jeden Tag mache und ich bekomme einfach diese Informationen auch eingespielt und dementsprechend kann ich da schon vermeiden, dass ich eben solche Sachen erst in meine Continuous Integration Strecke bringe, erst in Produktion bringe. Das heißt, während der Entwicklung kann ich schon anfangen gegen Compliance und Vulnerabilities vorzugehen und dann wird das Ganze nochmal verortet in der CI-Strecke, die dann sicherstellt, dass wirklich überall ist und alle Regeln auch wirklich durchgesetzt werden und so weiter und so weiter. Also Shift-Left, so früh wie möglich in der Produktionslinie und der Entwickler hat eben den charmanten Vorteil, dass es in seine Werkzeuge hineingespiegelt wird, er braucht also seine Umgebung gar nicht verlassen. So, kommen wir zum Lesson learned. Also, was haben wir uns heute alles angesehen? Wir haben uns angesehen, was ist eigentlich der Sinn von DevOps und hier stand ganz klar im Vordergrund, die Kundenzufriedenheit kann damit gesteigert werden, weil ich eben diesen iterativen Ablauf habe und sofort diese Feedback-Zyklen habe. Ich sehe, dass diese Durchlaufzeiten damit dramatisch reduziert werden können, weil ich eben agile, kleine, unabhängige Teams baue, die eben nicht nur für die Entwicklung oder für den Betrieb, sondern für das Ganzheitliche eines Teilsegments verantwortlich sind. Querschnittsthemen werden umgesetzt auf Team-Ebenen, nicht auf individuellen Ebenen. Das heißt, so etwas wie Sicherheit wird eben innerhalb des Teams verortet und damit innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette, das heißt vom Programmieren bis hin zum Betrieb der Anwendung. Wir sehen aber auch, dass das meiste in so einem System eben Abhängigkeiten sind. Weit über 90 Prozent der Dinge, die da laufen in so einem Technologiestack sind Dependencies, weil ich eben etwas hole von extern und das muss natürlich überprüft werden auf bekannte Sicherheitslücken und vor allen Dingen auch auf die dort eingesetzten Lizenzen. Dafür brauche ich einen zentralen Punkt, an dem alle Baineries zusammenlaufen. Das ist nicht nur das Gateway, um eben, sagen wir mal, Vulnerabilities aus dem eigenen Netzwerk herauszuhalten, sondern eben auch zum Beispiel nachträglich, wenn Vulnerabilities später erst erkannt werden, dann auch wieder zu entfernen und zwar sicher. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ausfallsicher, weil alles, was ich selber erstmal vorhalte von den externen Quellen und mir hereinhole, kann ich dann natürlich auch verwenden, wenn auch externe Quellen oder der Zugriff auf die externen Quellen zum Beispiel temporär nicht möglich ist. All das ist unabhängig davon, ob ich das in der Cloud mache oder ob ich das in meinem eigenen Rechenzentrum mache und ich kann das eben auch in hybriden Strukturen machen. Ich kann also einen Aggregator draußen im Netz haben, dann in mein internes Netz gehen und selbst wenn ich Hochsicherheitsanforderungen habe, ich habe also wirklich hart entkoppelte Netzwerke, also wirklich kein physikalischer Draht dazwischen, selbst dann kann ich diese Werkzeuge benutzen und dieses AirGap, also diese Brücke eben auf, sagen wir mal, klassischem Wege überbrücken und so die Arbeitsgeschwindigkeit und diese Arbeitsmethodik auch dort verorten. Das heißt also nicht abhängig davon, dass ich Internet da an diesem Platz habe. Des Weiteren haben wir uns kurz angeschaut, was eben diese Shift-Left bedeutet. Shift-Left bedeutet, so früh wie möglich innerhalb der Produktion mit dem Thema Sicherheit, mit dem Thema Compliance zum Beispiel jeden Einzelnen zu konfrontieren und damit das dann auch umsetzen zu lassen. Und das bedeutet zum Beispiel für einen Entwickler, dass ich in meine IDE direkt alle notwendigen Informationen eingespielt bekomme, damit die sofort reagieren kann und das nicht erst später bei irgendwelchen Audits auffällt. Die Konnektivität zu allen Third-Party-Komponenten ist gegeben dadurch, dass alle Komponenten von JFrog eben von Maschine zu Maschine kommunizieren können. Sie können mit anderen Maschinen reden, sie können aber auch von anderen Maschinen angesprochen werden. Also es geht über die REST APIs und wir können Webhook starten. Ansonsten kann ich nur sagen, diese Kombination aus ich habe ein effizientes Binary Management und ich verorte dort Querschnittsthemen wie Security und Compliance, ist ein sehr, sehr schlagkräftiges Team gegen sehr, sehr viele, sagen wir mal, Fehler innerhalb der Produktion. Oder hier als Beispiel muss man sich nur anschauen, was zum Beispiel im Begriff mit dem SolarWinds Hack, das werde ich jetzt nicht im Detail hier erläutern, aber was mit dem SolarWinds Hack zum Beispiel passiert ist und wie man da zum Beispiel dann noch das wieder los wird. Wir haben einige Dokumente, die das beschreiben. Ich werde hier den Link sicherlich dann noch da hinzufügen können, sodass man da ein bisschen weiterlesen kann. Wir haben auch dedizierte Security-Webinare, die man dann sich nochmal, sagen wir mal, an die entsprechenden Leute weiter delegieren kann, die sich dann mit der Umsetzung oder mit der Implementierung dann beschäftigen sollen. Hierzu lade ich natürlich jeden recht herzlich ein, erstens noch die spezialisierten Webinare anzuschauen, die sich also über die Teilkomponenten erstrecken, wie zum Beispiel das Verteilen von Binarys, wie die Sicherheits- und Compliance-Issues, wie zum Beispiel das Automatisieren, also die TI-Strecken, die Continuous Integration-Strecken. Des Weiteren haben wir auch Workshops, das heißt ganz normales Hands-on. Das heißt, wenn Entwickler da sind, die sich das wirklich rein praktisch einfach mal anschauen wollen, dann lade ich ganz recht herzlich dazu ein, wir haben regelmäßige Workshops. Einfach anmelden, die gibt es in Deutsch, die gibt es in Englisch, so wie alles von uns gibt es in Deutsch und in Englisch. Dementsprechend sollte es auch für internationale Teams keine Barriere darstellen, weil wir eben diese beiden Sprachen mindestens bedienen. Ansonsten kann ich jetzt nur sagen, wenn Fragen sind, bitte einfach bei mir melden. Das kann per E-Mail sein, das kann aber auch per LinkedIn sein. Ich habe noch weitere Quellen auf YouTube, das gibt auch mit dem JFrog-Kanal. Es gibt allerdings auch meine privaten Kanäle, wo ich auch noch mal etwas anders gelagert diese Thematiken dann aufbereite. Aber im Großen und Ganzen haben wir entsprechendes Material, um sich da vorzubereiten. Wir haben die Möglichkeiten, das auszuprobieren und wir können auch mit weiteren Webinaren weiter detaillierte Einblicke in die jeweiligen Teilsegmente bieten. Damit bedanke ich mich ganz herzlich für das Zuschauen und freue mich schon auf Feedback und auf die nächste Kommunikation. Dementsprechend kann ich nur sagen viel Spaß dabei, alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns.